Leute, es ist soweit. Ich zocke mein letztes RANK! Hallo? Splatterman! Was geht? Ja? Sag mal, wie sieht's aus? Ich hab noch ein Placement. Hast du Bock mitzuzocken? Pff, ist das jetzt dein Ernst? Warum? Ist das dein Ernst, Digga? Ich soll mit dir in RANK zocken. Digga, weißt du, mit wem du redest, Alter? Ich bin Diamond 5! Ne, 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 ne! Sola, was geht? Äh, moin, es geht. Was machst du so? Hast du Zeit? Du hast mich grad geweckt, du Pisser. Ja, sorry, aber mein letztes Placement ist am Start. Hast du vielleicht Bock mitzuzocken? Digga, ist das dein Ernst, Mann? Ich hab heute mir so verfickt, mal in vier Uhr morgens gecastet, ja? Denk mir, oh nice, ich kann vielleicht mal ein bisschen länger als sechs Stunden schlafen und du rufst mich wegen deinem dreckigen Kack-Placement an, Mann? Verpiss dich, J***, ja? Jo, Jonny, hier ist Max. Ja? Äh, du, sag mal, wir haben jetzt alle schon abgesagt. Ich wollte mein letztes Placement zocken. Kannst du das, äh, vielleicht mitzocken? Hör mal zu, du Suppenkasper. Nur wenn dein Stamm am Kreis ist, musst du jetzt nicht meinen, mich um die Uhrzeit wach klingen zu können. Ja, das ist 12 Uhr. Also, ich mein, ist die Eiwelle mit Fätschewitzel. Bevor ich meinen Kaffee hat, rufst du mich nicht an. Haben Sie uns verstanden? Also, nein? Nee, lass dich nicht boosten. Okay? Okay? Weißt du, wenn alle nicht mit mir spielen wollen, dann ist es jetzt verfickte Scheiße Zeit, einen guten alten Freund wiederzuholen. Und damit auch meine Begrüßung vom ersten Jahr auf YouTube. Irmbrus? Ich glaube, ich sollte Sicherheitsvorkehrung treffen. Wo sind sie? Vape Nation. Hier we go. Ist das gerade wirklich passiert? Ist gerade verfickte Scheiße am Anfang von meinem letzten Placement der Golem an Wellen gegangen? Oh, Jungs, oh, Jungs. Oh, fuck, fuck, fuck. Ich muss besser hören. Oh, der hat nicht überlebt! Sehr schön gemacht von mir. Mein Flash war gut. Oh, jetzt machen die den Tower. Tahm Kench kann doch nicht one on one. Steht mir, weil er drei, sechs, Renekton hat sieben Kills. Junge, da ist ein Tipee! Geh doch weg! Du siehst den Tipee und bleibst! Ich merke schon, ich werde etwas salzig. Okay, wir sind gestorben, Leute. Das Licht am Sound. Da müssen wir noch mal ein bisschen eins draufpacken. Wir sollten... Ey, jetzt höre ich schon wieder gar nichts mehr. Wir sollten gewappnet sein, Jungs. Kriegen wir! Kriegen wir! Tahm Kench hat drei zu zehn. Wir machen das proaktive Spiel jetzt hier. Vision aufbauen, Vision kontrollieren. Daher wird das hier gar kein Problem sein. Sehr sauber runtergespielt, perfekter Smile. Wir könnten jetzt hier easy going fighten, wenn jetzt hier committet wird. Wir hätten das nicht fighten sollen. Scheiße. Der Tipee kommt raus. Triple Kill Vein! Oh Gott, Leute, wir gewinnen das! Push weiter, push weiter, push down! Leute, das gewinnen wir! No way! Viel Sicherheit, viel Sicherheit! Oh shit! What the fucking... Au! Will ich meine Augen aufmachen? Möchte ich das? Eins. Lasst einen Daumen hoch da. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Tschüss. Okay, das reicht. Perfekt, Digga. Ich wünsch dir viel Erfolg, ne? Ja, danke. Mach rein.